Merkel und Putin werden anlässlich eines Staatsbesuches in den USA von Trump nach Hause eingeladen. Beim Rundgang durch die Ranch kommen sie an einem Swimmingpool vorbei, von dem Trump sagt, wenn man dort hineinspringt und den Namen seines Lieblingsgetränkes ruft, badet man fortan darin. Er macht es auch gleich vor, nimmt Anlauf, ruft während des Sprungs, Whisky. Und landet in Westenburbon. Merkel und Putin staunen, Wladimir will es auch probieren. Er nimmt Anlauf, springt, ruft, Wodka. Und landet in seinem Lieblingstropfen. Angela ist beeindruckt und will es den anderen beiden nachtun. Sie rennt los, rutscht jedoch auf dem Sprungbrett aus und schreit beim Fallen, Scheiße. Punkt, 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 Punkt.